Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz schwieriges Wort, beziehungsweise ganz, ganz schwierige Wortkombination. 83er Rating, 87 Kurs, Mittelhoch-Arbeitsraten. Leider ein bisschen langsamer, ansonsten mal eine gute Karte von Westam. Und vorne drin Max Kruse in Form. 76 Tempo, 86 Shooting, 82 passend, 84 Dribbling. Ich wollte die normalerweise bei Delibroos machen, hab mich da anders entschieden. Aber jetzt kommt er eben hier in den 7 Minutes kurz zur Geltung. Und ich denke mal, das ist auch ganz cool. 7 Minuten haben wir Zeit, um ein Team zu bauen. Ich bin gespannt, was hier gehen wird. Und ich würde sagen, wir legen los in 3, 2, 1 und go. So, so, alles klar. Wir haben 7 Minuten Zeit. Also hier hab ich mich jetzt schon mal ein bisschen entschieden, was ich machen möchte. Kainz hab ich auf links gestellt, weil der den Link zu Kruse hat. Und dann hab ich hier Hazard hingestellt, weil ich ganz gerne hier Sanchez hinstellen möchte, der dann zu Fonte verlinkt. Und weil ich mal Hazard ausprobieren möchte, weil der hat ja jetzt 4-Star-Skills. Und dementsprechend wird der vielleicht ganz gut spielen. Also hoffe ich zumindest, dass er ganz gut funktioniert. Die Sache ist nur, ich bräuchte hier jetzt theoretisch einen portugiesischen Linksverteidiger von West Ham und ich weiß nicht, ob das geht. Jetzt haben wir hier natürlich eine ganz langsame Kombination mit Rui und mit Bruno Alves. Aber das könnte an sich ja ganz gut aufgehen. Wollen wir noch einen Torwart von West Ham? Ist die große Frage, ob ich da jetzt jemanden habe gerade. Aber Adrian wäre halt die logische Option mit seinem 80er-Rating. Ich hab Randolph. Naja, aber auch in Ordnung. Ist zumindest selten. Die Sache ist nur, wie verlinke ich hier jetzt weiter? Die Sache ist, ich könnte es so hinkriegen, wenn Sampdoria noch einen anderen Belgier als Pratt hat. Ansonsten geht es nicht, weil ich brauche einen Perfect Link mit Belgiern. Hier im rechten Mittelfeld und zentral Defensiv. Und dann hier einen Belgier aus der Premier League oder einen Portugiesen aus der Liga, in der es halt eben den Spieler gibt, den Perfect Link gibt. Ich weiß gar nicht, ob es einen belgischen Rechtsvertreter gibt. Pack. Okay, es funktioniert nicht, weil es auch aus der Pro League keinen zentralen, äh Quatsch, keinen rechten Verteidiger aus Portugal gibt. Dementsprechend muss ich einen anderen Zehner nehmen und irgendwie anders verlinken dann. Halilovic, Fabian, Stendere, habe ich hier noch irgendwas, was man benutzen könnte, was cool wäre, Afti, Jay, Ameri. Natürlich können wir auch theoretisch irgendwie einen Anlass, den ich nicht im Verein habe. Äh, Stindel, Goretzka, wenn ich jetzt eine Kette entgegen habe. Äh, gucken wir mal kurz nach, ob es ZOMs gibt. Wir haben jetzt noch drei Minuten neun Zeit gerade. Kaludi, Davi, Kagawa, das sind halt alles Spieler, die nicht unbedingt Bojan. Bojan. Nein, es muss sogar nur ein Strong Link sein, sehe ich gerade. Habe ich mich ein bisschen vertan. Es muss nur ein Strong Link sein. Muss kein, äh, Perfect Link sein. Darf kein Perfect Link sein, sonst ist es nicht No Links Wasted. Sechs Sekunden haben wir noch. Stellen wir hier schnell Sanchez hin. Jetzt Rechtsverteidiger, ich sag's einfach mal, Manchio. So, das war jetzt genau zwei Minuten vor Ende, deswegen lassen wir das gelten. Aber, ähm, ja, den muss ich dann noch kaufen, genauso wie Bojan. Aber dann haben wir No Links Wasted. Haben wir No Links Wasted? Wir haben No Links Wasted. Wir haben ein paar Ligen und Nationen und das ist eigentlich ganz cool. Das Team. Langsam Innenverteidigung, aber das müsste schon funktionieren. Ich, äh, kauf die mal, zähle eben durch und dann sehen wir uns mit der Anzahl von Ligen und Nationen gleich in den nächsten Gegner-Screen. So, Gegner ist gefunden worden. Fünf Nationen, vier Ligen haben wir übrigens. Der Kollege hier hat immerhin drei Ligen und ich glaube, es müssten fünf Nationen sein. Ne, eins, zwei, drei, vier Nationen. Äh, ja, ist ein ganz cooles Team eigentlich. Hat volle Chemie und wird gefährlich werden, vor allem weil die Offensive so schnell ist. Und wir sind langsam in der Defensive. Max Kruse, erste Gelegenheit, erster schöner Schuss. Das Schöne bei dem ist halt, dass der 86 Shooting hat und das heißt alles, was man eigentlich braucht. Die Ecke kann er auch gut schlagen, Kopfball Williams. Ja gut, die Nyacki ist halt eher Flügelspieler und dementsprechend nicht so gut im Kopf. Aber, das ist auf jeden Fall ein guter Auftakt hier. Vor allem defensiv stehen wir bisher Rechtsstab, wie ich hab nichts gesagt. Ich hab doch gesagt. Jetzt mal die Chance für Kainz vielleicht. Wir haben gerade ein ganz ausgelichendes Spiel ohne irgendwelche, ja, Strafraumstehen auf beiden Seiten. Beide stehen gut. Beide spielen nicht so zwingend nach vorne. Und vor allem krieg ich Kruse noch gar nicht eingesetzt. Der ist abgesehen von dieser Einschauung, die ich hatte noch gar nicht in Erscheinung getreten. Vielleicht ist mal der Gegner hier über Abate, der natürlich schneller ist als Sanchez. Aber Sanchez ist halt OP as fuck. Kann sich trotzdem nicht durchsetzen. Randolph ist aber da. Und wieder Kainz. Und Konter über Williams vielleicht mal. Aber das ist, stehen auch nicht gut. Bojan. Oh, schöner, äh, eigentlich schöner Ball. Ganz stark von Bojan bis zum Abschluss. Der war nicht stark. Ich hab gehofft, dass er irgendwie flach kommt und mit Kraft und das hart ihn abprallen lassen muss. Und dass dann Kruse da ist. Aber leider nein. Vielleicht jetzt wieder der Angriff Chance. Jetzt ist Kruse weggelaufen da irgendwie. Kriegt jetzt den Ball. Finesi. Finesi. Ah. Ah. Ganz stark von Sanchez Manchi. Rechtsverteidiger. Kein Stürmer. An sich wieder ganz stark von Iñaki. Ist halt auch kein Linksfuß. Deswegen wäre er da wahrscheinlich sowieso nicht reingegangen. Aber wir kriegen halt einfach auch keine richtigen Bälle aufs Tor gefährlich. Gegner aber auch überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz schlecht hier. Wieder so stark von Bojan. Dann will Kruse nicht und Iñaki will auch nicht. Nochmal Bojan. Fake Shot. Ah. Dann steht er da so gut. Lässt ihn nicht mal fallen, der Kollege. Aber okay. Weiter mit Bruno Alves. Gehen wir den Ball irgendwie zu Kruse, meine. So. Jetzt könnte Kruse mal schießen. Aber ist ja halt Linksfuß. Nein. War nicht gut aus. Und dann schießt er da mit. Also ich wollte, dass er da mit rechts schießt. 4-Star-Weekwood hat er ja. Und dann schießt er mit links und dann macht Hart so einen Mist. Und dann machen wir eine Führungskraft. Von daher ist es mir egal. Max Kruse hier mit dem vielleicht vorentscheidenden Tor. Weil bisher halt überhaupt nichts ging, was Torschuss oder Torgefahren geht. Aber das wäre mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Weil Hauptsache ich gewinne das Ding hier. Und jetzt Kainz. Und es ist Kruse. Und Kruse. Und Kruse. 2-0 in der Entscheidung. Ja, der Max. Ne? Der macht immer erst späte Tore. Im doppelten Sinne. Und jetzt der Ragequid. Perfekt. Das war ein komisches Spiel. Kruse hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Aber das kann auch ein Team gelegen haben. Und der, wer mir richtig gut gefallen hat, war Bojan. Der hat richtig stark gespielt. Und der Gegner war ja auch sehr, sehr schwach. Also hat gar keine Torchance mit ihm gehabt. Trotzdem. Ja, bin ich nicht 100%ig zufrieden. Aber im Endeffekt gewonnen. Und von daher will ich mich nicht beschweren. Das war's von dieser Episode der 7-Minute-Quads. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch... Das ist niemals wahr. Weil niemals hatten wir so viele Schüsse. Ich hatte vielleicht drei und er hatte keinen eigentlich. Aber egal, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passen wir auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.